willkommen zu einer neuen folge generation zero die generation wir könnten uns den bunker bergruhm björnen angucken da kommen wir doch aus dieses maden oder lord ja auch schon mal dahin jetzt direkt nach links hoch ich habe schon wieder 3400 money cool guck mal hier ist ein umgestützter baum die textur gab es ja noch gar nicht also komplett kaputt hier irgendwie das zweigweg oder zweige hier sind ganz viele bäume irgendwie komplett gerodet oder so ist eine bombe eingeschlagen aber das ist denn hier passiert mal auf dem boden bei kronen excise hätten wir nie wieder stockprobleme die wir jetzt auch nicht haben aber die wohnung wahrscheinlich gefällt einfach nur das gefällt mir nicht daran müssen wir das ist ja ein weg aber der hört hier schon auf mega hoffe 2 werfen gibt sie angeblich ganz ernst sagt in schweden kann es doch nicht spazieren gehen ohne angst zu haben dass du gleich mit ihren stützpunkt stolper ist oder durch den boden fällst ja da waren wir doch schon mal ja ja da ist dieses komische platz verschwunden da meinte ich der typ hat hier selbst der hat doch eine karte in der hand gehabt meinte ich aber er hatte keine mehr weil sie dann irgendwie ist worden gerät und money für dich sogar vollmantel ja schon das war diese eine mission die irgendwie nicht ja da kommt diese selbst beendet hat ja genau hier ist ja auch gar nichts mit drin gut dann haben wir das auch schon mal abgehakt aber super hat spaß gemacht also da will ich hin und dann möchte ich hier und da und auf diese komische brücke die da auf diese insel rüber führt war momentan aber doch nichts ist außer dem flughafen der geplant das hinten rechts ist eine golf anlage das wahrscheinlich alles komplett militär stützt punkt alles mit bunkern unterhörter das ist so ein bunker schon auf dem weg da auf der karte und dreht darüber und schon längst in meppen süd gibt es übrigens wirklich ja wird ja nun mal die zuschauer die zuschauer hier sagen übrigens sorry dass samstag kein video kam aber ja momentan ist der viel stressig hier bei uns und deswegen schaffen wir es nicht immer nur kratz identifizierte videos aussahen so dass auch geklärt ist ein bisschen weiter nördlich müssen wir gehen weil wer ist ja zu diesen komischen ding sollten vielleicht direkt zu die insel inseln zu die inseln das war richtig spannend mir ist warm das klinge mein telefon moment wirklich wieder da also gestern abend aber handy über jetzt rum gespackt um jetzt rum gespackt ich musste halt wie gesagt mein kompletten whatsapp bilderverlauf löschen was der verlauf bilder galerie album was auch immer damit mein handy wieder einigermaßen funktioniert bei der stadt war so von wegen so ja wurde beendet so mein android wurde beendet oder irgendwie sowas und hat einfach nichts mehr wirklich funktioniert weil ich angeblich so wenig speicherplatz auf dem handy darauf habe eigentlich komisch ist was sowieso komisch ist deswegen brauche ich ein neues handy wie wir kommen wenn ich dank und ja mega rio mega rio kande aber hier ist ein schöner steg rüber das seltsame war ja auch gestern ich habe ja irgendwas noch mal von common excels gegoogelt gehabt eine rüstung weiß gar nicht mehr wie heißt dazu bilder angucken habe es dann auch gemacht dann kann man so von wegen android wurde beendet so dachte mir so okay dann schade ich mein handy mal kurz neu weil ich habe ja eigentlich ein android deswegen ist es komisch wenn der bett wenn das beendet wird so wollte dann wieder auf google gehen aber dann bin ich immer wieder was das denn doch ein sammelgegenstand und dann bin ich immer wieder genau auf dieser bilder suche gelangt weil ich google gestartet habe war mega strange hier so eine kiste unter schlupf oder nicht nur unterstützt hier soll dann hier kriegst du übrigens noch mal munition als erbrechen das kann weg dann lege ich auch noch ein bisschen was hin muss ich jetzt erst mal hier google aktualisieren wieder als updaten damit ich nicht immer auf dem suchverlauf was ich in der bilder so sozusagen lande ich konnte sozusagen nicht noch mal google starten ohne dass ich da sofort die bilder galerie gesehen habe wie ab ins boot jo es geht es schwimmt ja gut dann gehen wir jetzt ich lasse mir schon das ziel der sorge hingestanden doch wahrscheinlich dann drauf ist so hier ist man geküsst damit nichts bin echt froh wenn ich neues handy habe nachher weil was mein handy teilweise meiner hosentasche macht das ja richtig kriminell es noch weil es sich da über die wetter app die ich drauf hatte irgendwie in der hosentasche dann so ein bild von so einer was war das noch mal online casino bild oder irgendwie sowas gedauert hatte ich mein handy raus doch da saßen wir auch zusammen im auto weiß noch zielst du raus soja download abgeschlossen bitte was aber es war ja gott sei dank nur dieses bild was da gedauert wurde wir gar nicht wissen was wir hätten die sonst noch macht bei jetzt in der hose habe aber es hat ja ein sperrbildschirm aber es entsperrt sich selber ausschalten ja du bist nicht erreichbar aber kannst leute erreichen ich versuche das ja immer so in beide richtungen irgendwie leute was von mir wollen also will ich auch für die leute dann da sein oder das wäre eine drohne drohne da ist noch einer war ganz ehrlich eigentlich dürfte es gar nicht sein dass wenn ich ein neues handy habe dann auf whatsapp gesagt wird dass ich ein neues handy habe oder eigentlich nicht also wenn sich die nummer ändert dann wird einem schon bescheid gesagt aber wenn du gleich diesem karte verwendet dann dürfte sich eigentlich auch nicht die nummer ändern das heißt wenn ich jetzt eine neue nummer habe dann wird kriegst du denn benachrichtigung ja weil wenn ich dich nicht eingespeichert habe oder so dann weiß ich ja nicht mehr will sich ja nicht mehr wissen dass du es bist weil auf einmal ist halt eine andere nummer beispielsweise oder auch generell hier im adressbuch also sorgt dafür dass ich nicht vorbeikommen wenn ich echt vor wenn ich ein neues handy habe schönes s8 kann meine schwester nicht mehr angeben wird besseres handy als ich habe damit dasselbe nicht das gleiche genau dasselbe das selbe ist eins zu eins und das gleiche ist selber art schach matt matt oh Dietrich geil Alter Fabian Hilfe ich hole mich in die ecke schiebst ne warst du ja hier ist einfach gar nichts hier ist hier hier ist hier hier ist hier hier ist hier gar nichts hier ist hier hier ist hier hier ist hier gar nichts naja erstmal zu der Brücke rennen irgendwie nicht Brücke ist äh noch nötig oder wir gehen aber direkt darüber wenn wir der Straße folgen machen wir einen riesen Umweg habe ich richtig ja ja okay jetzt noch flüchten das dlc bereich aber auch eigentlich gespannt können oder kommt das wenn wir spiel fertig draußen da kommt nichts mehr doch doch was machen jetzt jetzt laufen wir einfach der straße hinterher würde ich sagen der straße gegen erheben erkunden weil ich jetzt markiert aber da kann man mal hoch oder hier unten da wo die straße rein führt das sogar noch in der nähe mehr in der nähe bisschen in der nähe fast hier kamen ich habe 230 moni berät kap 4107 zusammengegenstand 0 von 1 das lässt sich ändern wieder so ein roboterlager da ist wahrscheinlich wieder so ein blueprint auch drin dann fang ich mal an die dinge in die luft zu jagen ja hier ist der sammeln gegenstand hier gibt sogar waffen woher will will waffen ohne oh explosiver hast du es Nee! Jetzt aber ich's Wo war jetzt hier was? Soll man gegen Schatten gehen? Auf dem Tisch zum Blueprint gedönst Nö Doch Der fette Haupttisch hier? Oder? Äh, hier! Und dann steigen wir mal, gehen wir mal auf diesen Berg darauf würde ich sagen Ja, steigen wir ihn B steigen heißt er Ja Oder erklettern, erklimmen Bewältigen Überwältigen And his name is John Cena Ist tatsächlich irgendwie wieder so ein bisschen Schnee auch, sieht's so aus Oh, Roboter Roboter-Schnee? Wo sind sie denn? Hört sich halt die flinzere Schatten Wahrscheinlich unter uns, kann sein Da! Ich seh's Zwei oder mehr kleine und ein großer Drei kleine Nein, da hab ich den Shit aktiviert Nein, da hab ich den Shit aktiviert Wo ist der andere kleine hin? Der rennt ja noch Ah, jetzt ist er weg Also einer war bei mir, der ist halt weg Oh, ich hab kein Nachlades-Sound Ich hab kein Nachlades-Sound Kaboom! Ich hab echt keinen Nachlades-Sound Ich lade so leise nach wie ein Ninja Ui Äh, kann das schon nicht aufheben? Ich hab keine Oder? Ich... Hab ich eine? So, ich guck mal kurz nach Hast du ein Gewehr? Ich hab hier ein Zielfernrohr für Gewehre Hm... Keine Ahre, nehmen sie aber mal mit Ach, wir haben ja kein Unterschliff für das Problem Ja, da bin ich nerviert Wollen wir die Folge mal beenden? Pfff... Ja, ist eine kurze Folge Na? Also... Keine Ahnung War ja eine Pause zwischendrin So, wie lange geht die jetzt? 13 Machen wir einfach noch ein bisschen So... Dann würde ich sagen... Ja... Gehe ich schon mal alleine, haha Ja, wobei ist eigentlich auch doof Weil, stimmt jetzt eigentlich Wenn ich zu ewig hier einfach brauche Bis ich bei dir bin Lass die Folge beenden oder an der Stelle... Die ist noch eine Wanderhütte Die guck ich mir noch kurz an Äh... Ich glaub hier ist Jogan Hier ist Jogan Unterschlupf Dein Ernst Ja... Hast du den jetzt auch? Nein Gut... Hier gibt's sogar Fahrräder Na gut, da wir jetzt auf Felix warten müssen, wenden wir die Folge hier Ja... Da wir, da du Ja, und du wartest ja auch bis er endlich hier ist Ja, und du wartest ja auch bis er endlich hier ist Mit ziemlich sicher ich warte nicht auf mich Ja... Ich wenns die Folge JAN, eh... Den fangst du ja nix auf. Ja.. Tschüss... Tschüss... Bis zum nächsten Mal.